hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft in der silber progmine ich habe es wieder geschafft kurz vor elf nach elf ist immer so eine zeit da kriegt man fast gar keine runde mehr müssen wir jetzt nicht in den level bereich so was machen wir hier gehen wir jetzt einmal die buff ich habe ja noch baffut auch mal wegkauen dann futter ich mal hier was das ist ja übrigens war nicht viel aber egal vier ausdauer und viel bildskraft dann wird schon soo dann sind wir jetzt damit haben wir kein extra hier obwohl gestern habe ich auch keinen gebraucht ich habe mich so schnell aus dem leben gehauen so dann schauen wir mal woran muss er erst hin ich würde sagen wir nehmen den hier der fährt schon los ich bin auf vierter stelle ich habe schon heilung was haben wir eigentlich jäger, priester, dekar, schurke, schurke, hudu, priester, magier und mensch ich denke mal das sieht gut für uns aus nur leider haben wir kein hexer ich würde den kratzt an ey mensch kann auch nicht mit mir machen das ist unser keiner muss da bleiben dann zweiter ja die haben den kurzen weg hmm ah der wohl schon auf länger geschalten alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut oh alles gut 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 So, das ist unser Punkt, sag ich jetzt einfach mal so, ich hoffe mal nicht, dass hier jetzt eine 3-4 Schurken auftauchen, aber, jetzt werden es sowieso noch mehr schaffen. So, oh, kassiert. Oh, ich will da oben auch mitfahren, das macht bestimmt Spaß. Oh, ich will da oben auch mitfahren. Immer das 4. Und dann stirbt er ja trotzdem. Oh, ich will da oben auch mitfahren. Oh, das war gut, ach, das war doch gut von mir. Mensch, bin ich begeistert. Ach, Mensch, warum haben sie jetzt den Weg genommen? Können sie auch umschalten können. Für Leute, die das nicht wissen, an dem Pfeil hier, kann man umschalten. Also, für die, die das nicht so oft spielen, die die Runde nicht kennen, dann kannst du hier den einen in den Kreis fallen lassen. Kannst du hier umschalten. Oh, ne, warte mal. Den kannst du in den Kreis fallen lassen, ne? Oh, nicht. Ah, hier ist ein Schurker. Das wird spaßig. Gut, weil wir sind hier wieder wussen im Spiel. Glaub' mal. Sollte ich jetzt auch gerade gut machen? Das ist wahr. Da haben sie mich auch so lahm gehauen. Aber das ist ja kein Problem. Ich werde nicht mehr leben. Denn wir werden ja gleich wiederbelebt. Und zwar jetzt. Und dann springen wir hier aufs Pferd, wollte ich gerade sagen. Auf den Raptor. Na. Wart mal hingehen. Dann geht's wieder. Jagen wir den Jäger. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oder Mönch. Wieso einmal slamkt und belch Shtsa? Sexy! War das mein Kett? Stum' nicht. mann was packt werden wir suchen d d dann und da denkt einer und machte ein Weg immer länger so wer steht den Fingernoschein auch noch hallo ich vermisse mich vier so so habe ich die Punkte fallen ne habe ich nicht das ist gleich lang ach war mir schwein cool zu einem Mist was war blüht ab A A A A Ab Ich brauche Eindringen. Die müssen wir selber. Gut, das haben wir, das haben wir. Bis oben trifft gleich einer an ihm. Ich denke mal, da sind bestimmt alle Allis. Ne, nicht einer. Das ist doch bestimmt ein Schurkel. Da hinten kommt einer. Boah, da hinten guckt einer. Verstanden! Ach, Mensch. Der Punkt tut's noch. Nein, das gibt's doch nicht. Naja, wir haben trotzdem gewonnen. Und. Und. Jetzt aber. Tete. Am gewinnt. Am 5. Stelle. Ist ja ganz nice. Ja, und ich bin ja jetzt nicht mehr in meiner Sturm. Äh, irgendwie in den Fajir. Ich bin jetzt hier irgendwie. Zeig dir das mal. Knab vergessen. Wie ist das hier nochmal? Tiefenheil. Tiefenheil. Genau. Wenn ich den Eingang irgendwann mal finde. Glaub da vorne war der. Und. Ja. Gut. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich werde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.